Hey yo, heute schauen wir uns gemeinsam nochmal das Roadmap Update an, da hat sich ja einiges geändert. Zuallererst möchte ich nochmal die Leute abfeuern, die mir gefolgt sind. Erstmal, Timo ist der coolste, danke für deinen Follow auf Twitch. Ger-Gentleman, eventuell German Gentleman würde es dann ergeben. Und... Kanathus, Kanathus. Die drei Leute haben mir gefolgt, während ich offline war. Danke dafür, falls ihr das jetzt gerade auf YouTube guckt. Kommt gerne rüber zu Twitch, öfter mal. Hier aktuellste Infos, wenn ihr auf YouTube schon abonniert, seid ihr sowieso schon mal die geilsten. Und eventuell auch die Glocke drücken. Dann bekommt ihr alles das Citizen News. Direkt, frei Haus geliefert, sofort, sobald ich sie hochlade. Das ist doch auch mal ein Deal, oder? Das ist doch mal ein Deal hier. So, jetzt habe ich mit den hier Benachrichtigungen euren Chat verdrängt. Naja, halb so wild. Da kommt bestimmt gleich noch was nach. Wir schauen uns, wie gesagt, heute die Roadmap an. Hier, Roadmap Roundup. Und ich habe noch ein bisschen mehr als nur die Roadmap, aber ist nicht viel mehr. Notable Changes. Was hat sich getan? Was sind die Sachen? Und wir kennen es. Es ist nicht wirklich ein Roadmap Roundup. Es ist eher ein, was verlässt die Roadmap diese Woche? Zumindest war es jetzt tatsächlich die letzten 10, 12 Wochen immer so. Was ein bisschen schade ist. Das Wichtigste ist erstmal, 4.0 heißt jetzt 3.10. Und 4.1, 3.11. Also sie sind ein bisschen anders, als ich spekuliert habe. Nicht komplett zurückgegangen und haben alle Namen geändert, sondern jetzt wirklich nur 4.1. Und so geht das dann weiter. Also 3.12, 3.13, 3.14 und so weiter und so fort. So werden ab sofort das die Patches nennen. Bis, ist die Vermutung, Pyro reinkommt und wir dann quasi wirklich nochmal das Spielerlebnis erweitern. Dafür ist jetzt 4.0 quasi aufbewahrt worden. Also was ist weg? Erstmal der NPC Scheduler. Ich mache mal groß, damit ihr es in Zweifelsfall lesen könnt. Das war eines der wenigen Sachen, auf die ich mich noch gefreut hatte. Also, aber, also, es wäre halt cool gewesen, wenn endlich mal die NPCs dynamisch spawnen können, dynamisch sich im Universum verwalten können und so weiter. Das wäre sehr, sehr, sehr wichtig und schön gewesen, wenigstens eine neue Technologie zu sehen. Eine maßgebliche Technologie. Dann, die zweite Sache, auf die ich mich noch gefreut hatte. Naja, Shield Tech, wir hatten es eben schon mal kurz im Chat angesprochen. Ist nicht mehr dabei. Viele der Sachen natürlich wegen Covid, wegen mangelnder Bandbreite im Homeoffice. Ist leider so. Das passiert, das kann passieren. Natürlich, Staggered Development sollte sowas im besten Fall natürlich verhindern. Dadurch, dass sie jetzt eigentlich schon mit dem Großteil der Arbeiten fertig sind. So mindestens zur Hälfte. Aber sind sie leider nicht. Dementsprechend ist nicht ganz so cool, dass jetzt auch noch das Shield System Tech Replacement weg ist. Und damit auch die überarbeiteten Re-Entry-Effekts. Die sind ja damit drangebunden. Die neuen Schilde sollten sich an die Hüllenform wirklich anpassen. Und das sollte sich auch für die Re-Entry-Effekts bemerkbar und nutzbar machen. Dann, FPS Realistic Weapon Handling. Auch da ist die Arbeit offenbar ein bisschen mehr geworden. Der Arbeitsumfang. Und deswegen verschoben. Übrigens alles nicht verschoben auf 4.1 oder so, sondern erstmal weg von der Roadmap komplett. Deswegen sieht die Roadmap jetzt auch von Woche zu Woche immer kleiner und kleiner aus. Aber wir haben auch was dazu bekommen. Wir haben auch was dazu gekommen. Leute, Leute, beruhigt euch. Wir haben was dazu bekommen. Ocean Shade Improvements. Die Ozeane werden besser aussehen. Wir können zwar nicht drin schwimmen, aber wir können sie angucken und hübsche Screenshots machen. Und komm, sagt nochmal einer, dass Star Citizen keine guten Gameplay-Loops hat. Screenshots machen andauernd. Also wirklich andauernd. Egal was wir im Verse machen. Ich mache immer nochmal ein, zwei hübsche Screenshots. Lade die dann nirgendwo hoch und damit ist die Zeit eigentlich verschwendet. Vielleicht mache ich hier einfach mal einen großen Screenshot-Stream. Das wäre doch auch mal lustig. Eventuell vielleicht. Das ist auch mega langweilig. Ja, Ocean Shade Improvements. Und die bekommen wir jetzt mit 3.9 ehemals. Äh, ja, doch. Ne, 4.0 ehemals. 3.1 jetzt. Und damit der Roadmap-Roundup hier heute mal nicht ganz so leer aussieht. So nur, oh, removed, removed, removed. Dann zugefügt. Das war, aber endlich haben wir mal wieder was hinzugefügt bekommen. Äh, haben sie noch hier reingeschrieben, welche Bilder sie aktualisiert haben auf der Roadmap. Naja, das, äh, danke. Das brauchen wir auch nicht unbedingt, aber schadet ja auch nicht. Äh, und zwei Sachen sind ins Polishing geraten. Wir schauen uns jetzt nochmal hier die Roadmap direkt an. Äh, hier. 3.1. Da haben wir es ja. Äh, da kommt endlich die Miss Grazer rein, der Temporal Cyclone, die Nox, die Reclaimer und die Therapy. Ah, nee, entschuldigt, das ist die alte 3.1. Wir bekommen die Karte des Blue und die M15 Improvements. Ähm, aber bei Gameplay hier. Da haben wir ja immer noch die Elevator Panel Updates. Komm schauen. Es ist scheduled. Immer noch. Das sehen wir nicht. Ich kann es euch jetzt schon sagen. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob wir Body-Dragging wirklich noch bekommen. Ähm, ich denke mal, das hier, da können wir uns schon mal von verabschieden. Hat es jetzt auch nicht zwangsläufig gebraucht, aber früher oder später machen wir es. Ähm, ach, Escape from Tarkov hat das auch gemacht. Vom 0.9 auf 0.1. Naja, ich meine, es ist okay. Aber es ist durchaus auch mal ein bisschen verwirrend. Ich versuche das so gut wie möglich dann in Zukunft immer noch mal zu erwähnen und zu erklären. Aber vergangene Videos macht das jetzt natürlich merkwürdig. Der YouTube-Algorithmus wird mir vorwerfen, der ist doch nicht mehr aktuell hier. 3.1, das ist doch hier vor drei Jahren irgendwie ein Ding gewesen. For real. Vor drei Jahren. Ich habe da gleich noch was. Ähm. Äh, ja. Keine Schilder für mehrere nichts bringen. Äh, das stimmt. Also ich meine, das sind, denke ich mal, voneinander unabhängige Teams. Ja, das eine ist ja VFX und das andere ist Graphics. Glaube ich. Aber trotzdem schade. Aber daran haben sie vermutlich schon länger gearbeitet. Und ich bin gespannt. Vielleicht wird es ja Sea of Thieves Level geil dann, wie die Wellen aussehen. Nicht wirklich, aber ein bisschen in die Richtung. Warum nicht? Aber ansonsten, ja. Hat sich hier nicht wirklich was verändert. Und dann bin ich nochmal zurückgegangen. Die Prioritäten sind fantastisch gesetzt, ja. Äh, und hab geguckt. Hier. 3.1. Das war mal für 3.1 damals CitizenCon 2016 geplant. Vor vier Jahren. Äh, naja, nicht ganz vor dreiviertel Jahr ungefähr. Ne, dreiviertel Jahr. Ich bin so schlecht bei sowas. Mathe. Daten. Ah, welcher Monat hat 31 Tage? Ich vergesse es. Ähm. Ja, da war Refueling noch dabei. Äh, Quantum Interdiction, was ja inzwischen sogar kam. Refining und Processing kam leider auch nicht. Äh, die Schiffe, die da draufstehen, kamen allerdings alle. Von daher, äh, das ist schon mal schön. Und dann bin ich, äh, noch darauf, also, ich musste wirklich so weit zurückgehen, weil ich keine andere Möglichkeit gefunden hatte, zu sehen, was ursprünglich mal für 3.1 geplant war. Lange, lange. Äh, ich glaub sogar noch vor dem Release von 3.0 war das. Äh, und hier, Februar, 2. Februar, äh, von, von, äh, 2018. Also, 2016, 2018. Am Anfang von 2018 war dann hier geplant 3.1, ähm, und davon haben wir tatsächlich fast alles inzwischen im Spiel, ne? Ich überleg gerade, haben wir überhaupt irgendwas davon nicht im Spiel? Nö, das haben wir alles bekommen. Das ist sehr gut. Also, da musste ich hier wirklich auf einen der frühesten, ich glaub, das war der zweite, äh, Roadmap-Post von Odysseus 1992 zurückgehen, äh, um zu sehen, was dann tatsächlich noch mal rauskam. Ich hab, ich hab Recherche betrieben. Ähm, ja, warte mal kurz. Oh, hab ich komplett übersehen. Die HALC, ja, Mann. Oh, nein, die ist ja gar nicht draußen. Schade. Oh, ich vergesse immer wieder, dass, äh, dass die schon so, so lange hinten rumliegt bei CIG. Begründet natürlich, weil, weil sie technisch nicht ganz umsetzbar war, aber so langsam, hätte ich sie doch gerne. Und hier nochmal, äh, die CitizenCon 2017, äh, hat jetzt nichts mit der Roadmap zu tun, aber ich fand's interessant, guckt mal, so sah, äh, damals den ihr Launcher-Designer aus. Ich mein, der Launcher, den wir jetzt haben, ist auch okay, und das hier, der würde auch keinen Sinn ergeben, weil, ähm, naja, Squadron 42 gibt's ja noch nicht, und dann wäre das die ganze Zeit nur ausgegraut und würde uns daran erinnern, dass wir's noch nicht haben. Pallax, hi, freut mich, dass du jetzt auch mal dabei bist. Gott, wie ich gerade geschrien hab, so. Pallax, ey, uh, ich bin ein krasser Streaper, der immer schreien muss, wenn jemand, äh, folgt. Ich, äh, ich stream, äh, ich schreie ab sofort, glaub ich, nur noch bei, ähm, Subscriptions, die ich noch nicht annehmen kann. Aber wir kommen, wir, wir sind, wir sind auf dem Weg, ja. Bald kann ich hoffentlich auch Subscriptions hier annehmen. Da bin ich, wie heißt das? Partner, äh, Affiliate, ich weiß nicht genau, wie's gerade heißt. So. Ähm, Marine, äh, Star Marine und so weiter. Was das hier unten ist, ist das Spectrum, dieses Zeichen hier. Das ist doch, glaub ich, Spectrum oder so. Naja. Gut. Die Spectrum-Integration in den Launcher haben wir ja immer noch nicht bekommen. Sehr cool, ja. Ich find's richtig nett, dass, äh, das Modman hier auch nochmal in den Chat begrüßt. Das freut mich, wenn ihr euch gut versteht. Und hier, hier haben wir noch was Schönes. Ah, bin ich froh, noch was Schönes zum Abschluss zeigen zu können. Schaut euch mal an, wie weit die Crusader ist. Äh, äh, die Crusader. Ja, einfach nur die Crusader. Die Crusader Hercules. Hier das, äh, obere Deck. Ja, geil. Da sieht man auch mal einen Menschen in der Mitte. Da kann man genau abschätzen, wie groß es ist. Ungefähr so hätte ich's auch eingeschätzt. Da, äh, hier, das sind, äh, denke ich, entweder sind's irgendwelche, äh, Leitungen, einfach nur, die schick aussehen. Ich nehm mal an, es hat was mit dem Antrieb zu tun. Hoffe ich. Das wär cool, wenn man einfach hochfährt und dann hat man in der Mitte so eine riesige Antriebssektion. Und es wär schön, wenn man da irgendwann auch ein bisschen dran rumarbeiten könnte. Ach, Moin, Human ist auch da. Moin. Ähm. Ich haze Menschen, aber trotzdem schön, dass du mitbegrüßt. Ha, 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 ähm, genau. Also, wie wir sehen, sind sie dabei, der Sache ein bisschen Farbe zu geben. Und das ist doch geil, oder? Währenddessen geht's hier schön auch voran, äh, denke ich mal, mit der Star Runner, ja, mit der Mercury, was mich sehr freut. Und ich mach die Tage, das hab ich vor, noch ein Video über die Wahrscheinlichkeit einer, eine bald im Wörs erscheinenden Ares. Falls ihr irgendwelche Ideen dazu habt, wie man, äh, das am besten triangulieren könnte, äh, das Release-Datum der Ares, wie wahrscheinlich das ist und so weiter. Äh, schreibt mir gerne unter dieses Video. Ich werd's dann nach Möglichkeit in das nächste Video mit einbeziehen. Äh, ich bin, ich bin da wirklich sehr gespannt auf eure, äh, Theorien, auf eure, eventuell auch, habt ihr auch ein paar Quellen und so. Das ist immer gut, wenn ihr eure Spekulation mit Quellen unterlegt, aber es ist kein Muss. Ich kann auch nochmal ein bisschen Recherche betreiben und ich werde ein bisschen Recherche betreiben, um zu schauen, wie wahrscheinlich denn die Crusader Industries Ares demnächst ist. Vielleicht dieses Jahr, so. Also, das ist auf jeden Fall mein Plan. Ähm, ja, also viele haben Bock auf die Starlifter und ich denke, das wird im Wörs auch derzeit, momentan ist ja hauptsächlich Trading und Mining angesagt, ein relativ mächtiges Schiff werden. Äh, du kannst landen damit. Gute Atmosphärenflugverhalten, äh, nehme ich an. Gutes Atmosphärenflugverhalten, äh, nehme ich an. Äh, und eine gute Cargo Capacity. Also, da kann man ordentlich was mit machen. Ich nehme auch an, man kann sie ganz gut alleine steuern. Ich bin sehr gespannt, was sie dann letztendlich für Waffen dran haben wird, äh, wenn sie fertig ist. Und ich denke, sie wird auch ganz gemütlich. Ich mache auf jeden Fall ein Review dazu und ich freue mich da sehr, sehr drauf. Äh, momentan hat, glaube ich, keiner von meinen Freunden das. Ich hab sie auch selbst nicht. Also, werde ich dann eventuell auf einen von euch zurückgreifen. Aber ihr habt mich ja teilweise auch schon geedit bei Spectrum, beziehungsweise im Spiel. Jetzt ist das ja eins, was sehr cool ist. Äh, deswegen, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Und ich werde euch schon irgendwo auf einem, auf einem Server stalken, wenn ihr da eine Hercules habt. Und euch einfach, äh, das Schiff entern. Ja, ich darf ja jetzt offiziell Pirat sein, wer es noch nicht weiß. Ich bin jetzt offiziell kein Crash-Core-Mitglied mehr, äh, weil ich einfach mehr Content machen wollte über verschiedene Aspekte des Spieles. Und das verträgt sich nicht alles mit der Crash-Core-Ideologie. Und aus Respekt zu denen habe ich dann gesagt, okay, dann verlasse ich lieber das Crash-Core. Weil ich möchte das auf gar keinen Fall in Verruf bringen oder ähnliches. Äh, weil ich die sehr mag und sehr viel Spaß mit denen hatte. Äh, ja, aber momentan mit der derzeitigen Spielrealität und, äh, für mich als Content-Creator macht es derzeit nicht so viel Sinn. Ja, das ist, denke ich mal, eine gute Entscheidung gewesen. Und ich gehe lieber jetzt in, in Frieden quasi auseinander, äh, als noch lange Zeit ins Crash-Core zu investieren. Und dann letztendlich schmeißen sie mich raus und ich bin mit denen verkracht. Das, äh, fände ich nicht gut und ich mag sie sehr gerne. Ähm, ich hab sie auch noch nicht, aber sobald sie da ist, werde ich meine Kat zur Starlifter machen. Okay, äh, äh, e-bay, äh, äh, e-bay, äh, Käufe laufen zwar super, aber ich will das Geld direkt da lassen und meinen Concierge weiter zu boosten. Ja, generell finde ich den Grey-Markt, äh, relativ gut funktionierend. Nicht mal, nicht mal über ebay, ebay finde ich oft ein bisschen zu teuer, aber wenn man ein bisschen Zeit da rein investiert, kann man über Reddit durchaus mal das ein oder andere Schnäppchen tatsächlich bekommen. Aber es ist besser, wenn es direkt in den Store geht. Das hilft auf jeden Fall der Entwicklung am meisten. Man will ja nicht den, äh, Grey-Markt quasi befeuern noch. Ähm, darüber mache ich vielleicht auch nochmal ein extra Video, aber werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Äh, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Heute war es wirklich nur ein kleines Update. Ich meine, letztendlich wurden nur ein paar Sachen rausgestrichen. Aber ich musste ein Video machen, schon allein, um euch, äh, äh, oh, ich war ja noch auf dem Bild. Wo ist das Bild hin? Da, ich hab... Ähm, genau, einfach nur, um euch das Bild schon mal zu zeigen, oder? Ja, das ist doch fantastisch. Und schön, dass ihr jetzt auch, äh, so schön aktiv im Chat wart. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald. Äh, wow, ein Moment noch. Ich wollte noch, wollte noch darauf aufmerksam machen. Wurde mir ans Herz gelegt, äh, dass ich euch ans Herz lege, dass ihr doch bitte dieses Video bewertet. Vor allen Dingen natürlich, wenn es euch gefallen ist. Äh, wenn es euch nicht gefallen hat, dann habt ihr sowieso schon lange abgeschalten. Also, vielleicht, äh, Video bewerten. Wie gesagt, Glocke drücken ist vielleicht auch eine Idee. Ich hasse diesen Satz, ey. Er nervt mich so sehr. Aber ich sag ihr trotzdem, Glocke drücken. Abo da lassen, Glocke drücken. Und wir sehen uns, äh, Hellend gibt's dann was anderes, ja. Äh, und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald. Bis bald.